Ja gut, Namen allerseits bei 20 Years on MTV, Folge 21 der vierten Staffel. Jetzt werden die Erbsenzieller unter euch sagen, Folge 21? Das geht nicht. Doch, das geht schon. Wir bescheißen ein bisschen. Das machen wir so lange, bis es dann mal in 10 Jahren heißt, 30 Years on MTV. Und in der Zwischenzeit wird Jahr für Jahr so aufgestockt. Also, Folge 21, das heißt, das Jahr 2002. Das war erst letztes Jahr, ne? Könnte man noch wissen, was so das ganze Jahr über passiert ist? Aber ich leide unter Teilamnesie. Das Einzige, was ich noch weiß, ich habe ein halbes Jahr auf die WM gewartet und dann war ich den Rest des Jahres beleidigt, weil sie vorbei war. Wir wurden Vize-Weltmeister, ne? Wisst ihr hoffentlich noch. Ach, und der Empfang auf dem Römer, Titan, Kahn, all das, das war eine schöne Zeit. Der Sommer letztes Jahr. Und der Herbst, der wurde gerettet von einem unglaublichen Album. Es hieß A Rush of Blood to the Head von Coldplay, ne? Man konnte ja schon im Jahr 2000 erahnen, dass da Großes passieren würde. Da erschien ihr erstes Album Parachutes und das war schon so großartig, da hat jeder gesagt, die zweite Platte, die wird so ein Überflieger. Und genau so kam es. Die erste Single heraus hieß In My Place und ist so ein schönes Lied.